Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Epic Snails, das ist ein Spiel mit, ja gut, ich folge hier einfach mal, das ist ein Spiel mit Schnecken, die beladen sind mit allmöglichen Waffen. Und, äh, ja, das sind wir, genau, mit so einer Bazooka irgendwie, am Schneckenpanzer. Okay, wir haben erstattet ein Zweiermatch, gut, dass wir gerade einen gefunden haben, Snowfort Team Battle, oder kommen noch welche dazu? Ne, ich spiele nur ganz alleine gegen ihn, das Spiel ist völlig kostenlos zu haben unter Steam, und ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Natürlich sind wir eine Schnecke, und, äh, üblich für so eine Schnecke ist ja einfach, dass die nicht wirklich schnell ist, so. Und wir müssen jetzt hier, wir haben jetzt einen Sniper-Modus, wir können ganz normal ballern, und wir haben ein Inventar und so. Mal schauen, vielleicht finden wir ja beim nächsten Mal ein Match, wo ein paar mehr Schnecken dann teilnehmen. Ich finde jetzt so, one versus one ist jetzt nicht so spannend. Da-da, 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 da-da-da. Ich fände's ganz einfach interessant. Ich meine, man kann es ja völlig kostenlos spielen, ja. Und ich teste gerne mal Spiele aus, weil, die man einfach mal so spielen kann und die nichts kosten. Ich merke auch gerade, dass man Wie es sich für so eine Schnecke Verhält, auch auf Bäume klettern Hochkrabbeln kann, das ist echt cool Ist das cool Hat dem sich getroffen, das Arschloch Aber man regeneriert sich wieder Das Spiel befindet sich immer noch in der Beta Boah, das ist ganz witzig gemacht Er sucht mich, er sucht mich Ich habe mich gefunden, Arschloch Boah, bin dem Ziel irgendwie nicht ganz so gut Ich habe ihn getroffen, aber er mich auch Ah, nein Ich habe ihn getroffen Ich habe ihn getroffen Ich habe ihn gleich Ah, wie weit er gerade weggeflogen ist Ist ja geil Ah, die Musik, ne? Ohne Spaß Oh, oh, oh Aua Ey, voll cool Wie du als Schnecke hier, weiß ich nicht Einfach drum glitschen kannst Äh, glitschen, nicht glitschen, ne? Oh, oh, hier runter Na komm Ah, ich bin getroffen Verrücktes Spiel Ich bin hinter ihm Ah, nein Ich habe dich Ich finde es ja wirklich cool Dass du wirklich überall hoch kannst So Weil, wie gesagt Ist ja jetzt halt Schnecke Kannst auch einfach ausweichen Das ist richtig witzig eigentlich No, einfach folg mich Ach, du scheiße Weg, 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 weg Ich brauche mal ein bisschen leben Ah, ich müsste Ah, ich habe mich noch fettig hier Es ist echt bescheuertes Spiel Wäre auch eher mehr was für eine Trash-Schneid irgendwie so, ne? Oh, volle Kanne getroffen, Alter Oh, Junge Ich habe ihn gleich wieder Ah, stirb Da ist er Sniper-Modus Verstecken bringt ja nichts Ja, ich bin getroffen Oh, gucke mal Wenn du stehen bleibst Dann ist das alles viel präziser Aber man sollte nicht stehen bleiben Weil, ah, dann Ist man schnell Kaputt dann Gewonnen, cool Oh, ich habe wenig Speicher Nur noch auf meinem Speicher Ordner Platz Das heißt, ich mache mal kurz einen Cut Dann werde ich gucken, ob wir gleich mal ein anderes Match finden Und dann werde ich hier gewinnen Und ich mache das wenig Der 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 Wer Der Der Bien Der Der probieren wir jetzt einfach noch mal jetzt gerade keiner da jetzt kann ich ja eigentlich mal gucken die battle arena keiner ist in der lobby ich weiß nicht ob ich überhaupt ein spiel finden kann werde mit jackman spielt ist auch irgendwie anders mal ich bin immer gegen jackman spielen ich habe das gefühl das ist aber kein anderer spielt was kann man denn hier eigentlich noch machen außer in die battle arena gehen das coolste ist halt einfach echt dass du hier überall hochklettern kannst guck mal kann waffen wechseln und hüte cool ja toll ja gut dann spielen wir halt noch eine runde gegen jackman alt ist die waffe krass jackman du hast keine chance gegen mich da hat mich zerbombt da ist jackman du kriegst mich von oben nicht jackman lange versuchen kommen die da hoch pass mal auf ja mit dem baum hochklettern kann da ist er als jackman sterb jackman tja also das schwierige ist halt echt mit so einer glabberigen schnecke irgendwie mal hits zu bekommen boah scheiße weg her weg her ah getroffen match ist gleich 10 ich möchte gerne irgendeinen punkt haben jackman bullshit stirb jackman das jackman hat sich verpisst ok verlass auch mal das spiel und es spielt nur jackman ich glaube das wird nur so ein kleines video sein ich werde hier noch eins aufnehmen weil wie gesagt ich möchte das spiel gerne mal zeigen aber es ist jetzt nicht so dass ich sage ok das ist geil weil einfach die spielern fehlen ne die maps ich weiß nicht was es dann für maps gibt es die spieler fehlen halt einfach ich konnte überhaupt nur froh sein dass ich das jetzt einer gespielt hat mit hier für die aufnahme halt ganz gut aber ansonsten naja gucken wir mal wie in zukunft sich entwickeln wird aber jetzt so ich weiß nicht das ging auch immer zehn minuten von daher dem her leute es war epic snails und wir sehen uns beim nächsten video wir sehen uns beim nächsten Mal Vielen Dank.